Guten Tag und herzlich willkommen bei eVital Schuss im neues Immotex. Heute möchte ich Ihnen meine neue Kollektion vorstellen für die Firma Francesco Milano. Ballerina mit Totenkopf, mit Glitzer, mit Niete oder Haarheld mit Niete. Diese Stiefeletten, alle mit Pyramid oder Totenkopf, ja das ist diese genaue Esch-Modell, der seit drei Jahren auf dem Markt, aber läuft immer noch gut hin und dieses Winter wird auch gut laufen. Einmal mit Kreuz, einmal mit Niete und dann wieder die Indianina und diese Haarheld, diese Winter sind diese Turnschuhe, alle auch mit Niete ersetzt, einmal mit Schnalle und das bessere Modell, mit dem Kreuz. Also wenn Sie möchten, können Sie uns per E-Mail, das Sie gerne vorschauen möchten. Das können wir dann nämlich einen Termin machen und Ihnen alles vorzeigen, diese neue Kollektion, um eine Vorbestellung zu machen. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns einfach an oder mailen Sie uns, info at shoes-shop.de. Musik Musik Musik